In diesem Moment möchte ich unsere Mitglieder vorstellen. Sie kennen vielleicht alle von uns. Sie haben uns vielleicht zuletzt nicht so weit von hier gesehen, in der Stadt oder in der Stadt, vielleicht nicht. Sie haben vielleicht uns zuletzt in 1958 gesehen. Das war so lange vor. Willkommen zu. Ich will nur erklären, dass wir nur zwei unserer Team sind ganz am Anfang, 30 Jahre vorher, noch zusammen. Also ich will unsere heutige Besetzung präsentieren. Die Neuesten angekommen sind genau fünf Jahre mit uns. Die sind zuerst am Schlagzeug, Norman M. Böse. Auch fünf Jahre mit ist ein Mann, der hat mit uns früh gespielt, zwischen 1960 und 1860, kann das ist Saxophonist Ian Wheeler. Sechs Jahre mit uns unser Blues-Gitarist Roger Hill. Dann sieben Jahre mit am Bass, Mr. Vic Pitt. Elf Jahre mit am Bagnon-Gitar, Johnny McCullough. 16 Jahre mit uns am Saxophon-Gitarrenneter ist John Crocker. Und meine Damen und Herren, ein Mitglied ist so lange in dieser Bahn als ich. Wir haben diese Bahn zusammen gegründet, 1954. So immer dabei mit seinem Trompete und Flügelhorn, Mr. Pat Halcox. Meine Damen und Herren, Chris Barber. Wir haben so nicht so viel Zeit, jede Band heute Abend. Natürlich haben sie viel Musik hier zu hören heute Abend. Es war sehr schön für uns, eine Möglichkeit wieder unsere Kollegen und Freunde. Wir treffen uns sehr oft, sie hier zu hören heute Abend. Wir haben nach unserem Spiel, wenn die Bluten kommt, was anderes mit mehr Musik aus verschiedenen Bands zusammen zu spielen. Aber das kommt später. Im Moment haben wir noch so ein paar Stufen zu spielen. Und wir haben es sehr schwierig auszuwahlen, etwas zu spielen. Wir haben ein Repertoire ein bisschen groß. Wir haben viele Melodien gespielt in diesen 30 Jahren. Also ein, das gefällt uns sehr gut, hoffentlich sie auch, ist, das ist unser Arrangement. Nach einer sehr schönen Aufnahme von King Oliver und sein Band, 1923. Der Aufnahme, dein Louis Armstrong, hat sein erster Solo gespielt. Und das ist unser Arrangement von dieser Melodie. Heißt Chimes Blues. Blues für die Glocke. Und das ist unser Arrangement von der 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 Glocke. Musik 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 Applaus